Jo, heiz und zu StellarBlade. Wir machen mal kurz hier SideQuest. Ich glaub da ein Röschen oder wie sie heißt. Hier in der Stadt. Mal schauen. Wo war das? Da hinten. Können wir uns vielleicht hinbeamen gleich, oder? Ja. Okay. Let's go. Ich dachte, hier wäre irgendwo da. Genau. Mhm. Geht doch hier runter, oder? Mhm. Du lachst leider nur, deswegen muss ich weiter. Müssen wir hier rein und irgendwo hin, oder? Ja. 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 Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier rein sind. Doch, es ist schon richtig. Alles klar. Ja. 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 Ich bin schon mal klar. Ok. Danke dafür, oder kann man runter gehen. Okay. Okay. Da ist die Konsole. Der redet wahrscheinlich auch nicht gerne. Kann von beiden Seiten oder andere? Komm, einfach mal einen Schalter drücken. Eine Nachricht? Tja, so viele Nachrichten, alle nicht gelesen. Autschi. Ein schwarzes Brett. Gut. Schauen wir mal, was in Zion so passiert. Abschließbar, okay. Suche auf dem Weg ins Ödland danach. Das ist nicht gut. Soll ich helfen? Klar. So, wir machen jetzt erstmal das hier mit dem Bruder, oder? So, hat Mom vielleicht noch irgendwas zu verkaufen hier? Wird es gar nicht mehr. Roxanne, hast du kurz Zeit? Natürlich. Wieso flattert so ein süßer Engel heute hier bei mir herein? Ich wünschte, du würdest aufhören, so zu reden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komplett leer gelutscht, oder? Okay. Okay. Oh, Liebes. Gehst du schon? Das klingt irgendwie seltsam. Haha. Witze sind offenbar nicht deine Stärke. Tata? Gut, dann lassen wir uns mal kurz gucken, wo wir hin müssten. Mischen. Das ist also Ödland, ne? Ödland. Ödland. Okay. Ich will beim Spazierengehen wirklich nicht gestört werden. Okay. Nice. Okay, haben wir ab, oder? Also wir gehen nach draußen wieder und gucken, dass wir hier nach dem Haare schneiden. Ich weiß nicht. Okay. Wir können hier bei ihr nochmal Dose abliefern. Bringt garantiert nichts an. Wollen wir die jetzt hingepackt? Die war das, oder? Okay. Mh. Das ist der Typ, der da steht. Mit dem müssen wir quatschen, oder? Engel, du wirst nützliche Infos brauchen, wenn du außerhalb von Zion operierst. Wusstest du, dass in der Stadt eine Infohändlerin ist? Ja, die ist schon komplett ausgekauft. Du solltest diese Person mal kennenlernen. Trotz ihrer Persönlichkeit. Sonst bringt der Typ nix. Sind wir, ups, sind wir richtig. Ein Stückchen weiter. Er steht da. Mh. Okay, mal gucken. Mh. 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 Ja. Nice, ça tue. Ka-ching. Da rüber. Mhm. Da rüber. Mhm. Wie soll es gehen? Schon dann unten, ne? Ja, lass mal gucken, wie man da hinkommt. Ja. Ja. Nja. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war schön verarscht, ne? Dass die hier jetzt alle irgendwie rauskommen. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Wo sollen wir da hin? Hm. 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 Okay. 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 Vielleicht geht's. Das war natürlich völlig Banane, weil ich mir die scannen, ey. Suche einen Bruder. So, wie könnte der sein? Ein bisschen weiter, oder? Ja. 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 Hmm. So, was auch die mischen. Ich habe es noch nicht geschnallt hier. Ich habe es noch nicht geschnallt. 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 Dass sie nicht funktioniert hat. Ich habe es noch nicht geschnallt. 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 Ich habe es noch geschnallt. Ich habe es noch geschnallt. Das ist wirklich das. Geht immer wieder zu. Und was ist jetzt der Witz? Okay, muss hundertmal das Ding. Oh. Kaputt, der Kollege. Aaron Schließfach. Okay, wo könnte das sein? Hm, retro. Aber so kann ich herausfinden, welche Informationen die Runde machen. Lass mal gucken. Ehefrau. Irgendwo ist denn das? Das ist... Auch in der... Okay. Das ist auch im Ödland, ne? Hätte ich gesagt jetzt, oder? Lass mal gucken, ob ich mich da nicht irre will. Nö, ist schon richtig. Hm, das wäre wirklich dann doch gleich hier. Mhm. Hm? Ah! müssen wir runter irgendwie kann es sein dass wir hier sind wahrscheinlich darüber wie kann das funktionieren dass man kann wirklich hier rüber gehen das heißt hier durch also hier rum darum dadurch zum solarturm und dann darüber okay probiert man ob das geht müssen wir vielleicht gar nicht ich bring dich um okay okay hätte ich auch schon früher finden können immer so ein bisschen die augen aufmachen ein schwarzes brett gut schauen wir mal was in seien so passiert ich muss was unternehmen geheime auftrag das klingt aber mehr als gewagt finde ich okay aber wir machen mal lieber main quest weiter aber eben erst beim nächsten mal okay also bis dennne ciao